Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer wunderschönen neuen Folge von DuVinity Original Sin DuVinity Original Sin Ja, mit dem Sascha Ja, ich, hallo Mit dem Corrigi Und unserem guten Perrin, der heute in Stimmbuch ist Hi Oh Oh Was passiert? Ja, freut mich mal zum Verlassen in Laune Ah, da stehen alle, okay Oh nein, da ist ne Kiste Ah, die looten wir lieber nicht Warum sagst du, oh, hier sind halt alle, ne? Ja Oh Mattes ist hier Dugan Wer immer Dugan ist Ganz viele Todessucher Wie der Zwerg läuft, ey Guckt euch das mal an Warte, warte, warte 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 Ich Sieht wie so ein Dackel aus, ey Ohne Beigelenke Ich hab mit dem Dude geredet Und der hat dann gesagt, äh Ja, wir begeben uns zum Hafen Weil das war nämlich der Dude, der mir meine Sachen verkauft hat Und ich hab mir gedacht, ja, redest mal mit dem Und dann hab ich gesagt, ja, hey, die sind am Hafen Und dann, go Ach stimmt, haben wir Krüll, der Zermalmer bekämpft, der aus meinem Helm kam Ja, dann, go Warte, 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 warte Da hinten, ach, die gelben Viecher sind die Dinge Okay, ja, go Ich laufe schon mal los Töten wir alles Äh, 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 es ist kalt hier Oh, das ist der Drache Ja Er hat sein Wort gehalten Er hat sein Wort gehalten Toll, dass wir Ermutigt Das ist alles, was wir bekommen Okay, 50 Runden Allein sind wir noch acht Warte, 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 warte Das hält 50 Runden Können wir den Einstatus in den Weg bekommen? Ne Das unterkühlt ist nämlich, glaube ich, hardcore nervig Äh, laufen wir mit den Links mit oder gehen wir rechts? Flankieren Warte Ja, und flankieren, oder? Das beginnt mit den Jungs mit hier, oder? Also der Tank sollte, wenn möglich, unten sein, bitte Oh, ja Soll ich, soll ich den ersten, soll ich den ersten Hit oben setzen? Ich kann ja nichts, was ist der Warte, lass mich mit hochkommen Alter, ist das erneuer Ähm, die sind, die spawnen Warte Sind alle tot? Weißt du es nicht? Einfach die spawnen Die sind in die Wand gelaufen und weg Ja, vielleicht kommt das gleich in so einer Zwischensequenz oder so Alter, ist das erneuer, wie langsam man ist Okay Bereit? Jetzt Warte, ich stehe noch nicht in der Position Ich kann, ich kann hier hinter den Bogenschützen springen Warte, warte, lass mich eben kurz noch so nah dran, wie es geht Okay Warte, wann werde ich gesehen? Ja So werde ich eigentlich schon gesehen Bereit? Jux Okay, warte Lass mich positionieren, dass ich irgendwie was sehen kann gleich Ich spring mich gleich hinter den, hinter den Bogenschützen Und zwar nämlich genau jetzt, warte kurz Das ist meine 6 Ja okay, dann muss ich noch ganz kurz einmal umdrehen Gleich bin ich hier geschlagen, der sieht uns Der sieht Scroll Warum sieht er den Scroll Du stehst einen Schritt weiter vor mir sogar eigentlich Okay Sag, wenn du bereit seid Wir reden, sind gerade im Gespräch Warte kurz Warum seid ihr im Gespräch? Weil der Scroll gesehen hat Greif ihn mal bitte nicht an, ich will wissen, was er sagt Ah okay Jetzt sehe ich Godwoken I'm afraid, your journey ends here You would only bring ruin to Rivalon If anyone is going to become the next divine It will be me Ich hab den Perrin dabei, das glaubst du doch wohl selber nicht Do you think I enjoy this work? Taking people away from their families Fitting them with these colors I abhorre it But I bear it And bear it for the sake of the REL Was the most important lesson my father taught me Be strong Not because you are Be strong Because you must For them For the REL For your loved ones For the children you'll never have Please Don't make this harder than it has to be It's not your fault But still you stand in the way of peace This must be the end of your journey For the salvation of all Rivalon Hmm Sieht da dein Grinsen überhaupt? Weiß ich gerade actually gar nicht Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ein Ich weiß es gar nicht tatsächlich Ich glaube eher Komm, mach weiter Ich finde es einfach super, wenn ich solche Leute wie dich einfach abstechen kann Nimm mir Du standest keine Chance Aber ich liebe deine Resilienz Gib mir deinen besten Schuss Alles klar Gib mir deine Passion Alles klar Da hätte ich mal gesagt Der Bogenschütze muss erstmal Oh Gott Guck dir euch dämlich Was war das denn jetzt? Kannst du den von hinten angreifen? Nur mit einer Attacke auf ihn draufhitten Direkt Dann wirst du nämlich in den Kampf reingesetzt Und machst den ersten Schlag noch zusätzlich Ja, nein, nein, nein Ich muss ja ganz anschauen schon irgendwie Ja, aber dann hätte er mich gesehen Das hatte ich schon mal gemacht Sobald ich in Charge-Position bin, bin ich quasi im Angriff Sascha, um wen sollen wir uns kümmern zuerst? Also ich werde unten ins Wasser gleich Totems reinstellen Alles klar, dann kümmere ich mich um den Was mit Phantom Dude? Der sieht eben böse aus Der Phantom Dude sieht böse aus Das sieht echt böse aus Sander war jetzt nicht so der Mega-Bösewicht-Brecher Nein, ja Weiß ich nicht Aber der wird Heavy sein Hast du mal seinen fetten Stapel in der Hand gesehen? Ja, seine Handschuhe sind viel fetter Aber er hat einen Quellen hat es Hallo Wandel durch Jetzt, fuck, wo bist du? Er ist oben beim Bogenschützen Also da Gucken gleich angezeigt Äh, Leute, da oben ist noch einer Warte mal Ja, ja Ja, links Bissen wir Aber das ist ein Metamorph Ja, fuck, ich komme da nicht hoch Fast würde ich mich hochporten können Verkrüppel den hier vor dir Dass der vielleicht nicht zu schlank kann oder sowas Ja, verkrüppeln bringt das doch nicht Kann ich nicht Da muss er nie geschlagen werden Ja, also Dann, keine Ahnung Die Bucke ist geil Oh Ja, stimmt Oh Wait, what? Tauschhokus-Bucke ist Alles klar, glattere ich erstmal wieder die Leite runter Na gut, er hat es gut runtergeholt Ja, das ist wahr Ja, aber ich TP mich gleich wieder hoch Ähm Wollen wir gerade sagen, das weiß ich nicht so was Manchmal fällt es sich echt super intelligent und manchmal richtig dämlich meine Sachen Hm So Magic Damage Ach, fuck, das kostet 3 HP dahin zu kommen Ärgerlich Halt a dude Äh Ja, okay Ein, guter Fokus Schon wieder, guter Fokus Und wir kriegen alle Damage Oh Oh Nein What the fuck Oh, das ist jetzt aber nicht so geil Oh, das hat auch er gemacht Das stimmt Oh, halt Ja, natürlich bin ich verkrüppelt Bruder Chill Okay, das war mein Schuss Gut, dass er euch löscht Ja, ist wichtig Ah, fuck it Welches Level wissen sie gleichs nochmal? Acht Was sind wir? Sieben, glaube ich Oder sechs Sieben Loll, der ist noch ein Rock gewesen Hab ich gar nicht gesehen Ja, gut, dass es auf Detail Und gut, dass unser Supporter noch am Ausstammeln steht Ja, man kann sagen, was machst du dahinten? Ja, da bin ich in den Kampf gezogen worden Grazie Das Ding ist Das war es Das war es Da hinten erreichere ich nie im Leben, seit ich hier zu weit weg Kannst du auch gerne noch Rüstung geben Ja, warte mal Mal hier überlegen, was ich will Ich hab nur noch zwei AP-Punkte Komme ich denn hier runter überhaupt? Gar nicht, ne? Direkt vor dir jetzt ne Leiter Ah, so ne Leiter da Das hilft auch nicht Das hilft auch nicht Hab ich mir ja nicht überlegen, wenn ich ihn nicht gleich angreife Magister Ritter macht ihm wie keinen Sinn, so wirklich Du brauchst das ein Dann machen wir So, klasse, das wirkt Ah, du hast mich repariert, danke Was bringt das denn überhaupt? Du regenerierst jetzt jede Runde 19 physische Rüste Alter Das ist ja instellend geklärt Ich werde vermuten, ich habe vorbei Das Feuer wegmachen macht keinen Sinn, ne? Pfff, keine Ahnung Ah, ich mach mal Mal gucken Ich denke, wir sollten das Phantom übrigens fokussen Ja, weil es halt kurz Schaden macht Aber bis zum Phantom gekommen wäre Dann wäre er schon Ja, du, klar Er macht halt echt üblen Schaden Ei, sollten echt die Magier Die Zum Beispiel Du solltest eigentlich den Magister Ritter fokussen Weil der halt Viel weniger magisch wird Okay, mittlerweile ist es fast egal Aber Boah, schwer zu sagen Aber wir wollten uns ja nicht Ja Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht gleich wieder hier runter teleportiert werde Na gut, da verschwindet der Einzug halt Und verfehlt Ja, einmal Diesmal aber nicht Jo Äh, nein Stimmt, du hast das Gaskanone Ja, nein Mit einem einfachen Hut Der hätte dich verstummt können Hm Perrin, du stehst da nicht gut Der war Splash der Mission Oh, das war wirklich schlecht Ah, ist Das Ding ist klug Beutung Aufgehobene Resistenz Also die Musik geht im Hintergrund einfach gerade voll ab Das ist ein bisschen fröhlich für diesen harten Kampf Alles nicht so klug Alles nicht so toll Eine Regeneration erstmal anwenden Ich mach mal Regeneration tatsächlich auf mich Ist das Phantom eigentlich überhaupt ein Mensch? Das müssen wir nicht Ich weiß nur, dass es den übelsten Schaden macht und ich es tot sehen will Schaden 67 Äh, 69 bis 63 Äh, 73 Er hat meine Inkarnation dem gerade einen 110er-Hit gegeben Oh, verfehlt God bless Pfff Das fand ich so schön Pass auf, dass du mal nicht ausrutschst Das ist ein bisschen heiß, ja Pffup You can do this Trust in you Er hat echt Regen beschworen Keine Ahnung, irgendwer von denen Nice Oh, die haben noch Opportunities bestimmt Warum sind die Gegner eigentlich Ah ne, dass es Krisch in die ausgeruht ist Alter, wie viele Effekte er einfach hat Warum hast du Ja Das Ertrag, Hageschlag Ah, Alter, da kommt der Parrot wieder Nice Relax, relax, relax Kannst dich Hageschlag quasi Nur so Kannst dich Hageschlag so einsetzen, dass du quasi alle triffst, wenn du hier so reinsetzt Ich weiß nicht, wo groß der Radius ist, aber Ja, pass auf Gut, nix Das war insanely gut Krass, für Schaden, dafür dass es so lächerlich aussah Da alles einfach ein schlitter Strom gesetzt Oh, das ist auch nice Ist das ein Strom, ist das Eis? Ne, ist das Wasser Ne, Eis, also ne Weil der auf Eis wischen ist, deswegen Eis Das klatscht halt voll weg Ja, das konnte passieren Backstab Oh, das ist eingefroren gewesen Ist nicht, ist eingefroren, ja Nice Glaubst du wirklich, du entkommst mir da hinten? Warum, warum nice? Ja, weil das Phantom eingefroren ist Also, das kam bei mir, kam das nice durch die S Genau in dem Moment, wo Scroll den Fall von abgekriegt hat Und du so, nice Das finde ich jetzt nicht so geil Oh, wer geht auf mich? Ja, das ist in Ordnung für mich Sehr gemessen Alter, wie war, kann der Typ laufen? Dein Regenerierendeffekt ist weg Dadurch, dass du blutest Oh, nein Talent, was nicht umbringt Was nicht umbringt, verringert die Dauer von Statuseffekten um eine Runde Das betrifft auch positive Statuseffekte Okay Was liest du gerade vor? Er hat wohl irgendwas aufgeploppt da Tooltipp Ne, dem seine Ding So, dann hätte ich mal gesagt, hier Sehne Das ist schon mal Ja, du musst jetzt auch Schaden machen Der einzige Schaden machen kann Warum, ihr könnt auch auch Schaden machen? Ja, aber der hat nur so eine Runde lang Und ich kann keinen Schaden bis dahinten machen Erstmal helfe ich euch ein bisschen Läuft Sehr gut Aber gerissene Szene triggert doch über den Ding, oder? Also, wenn er läuft oder nicht? Wenn er läuft Achso Eben Ah ja, stimmt Deswegen Warum ist der eigentlich ermutigt? Ah ja, stimmt Er hat es selber gemacht Na, guck mal, ob er läuft Ha Ja Neun Schaden Boah, ganze neun Schaden, ey Heftig Ich hab Vater, ey What's the fuck Was passt Oh So Der hat siebenhundert Leben Oh, ich finde es okay Die Tante Ne, das ist Magister Der Drache Ihr werdet sterben Wer ist der Drache? Alle Kommt der nicht, der Drache? Drache, wo bist du? Wer ist überhaupt dran? What the fucking hell Könnt ihr der Konversation folgen? Hört ihr das gerade, was ihr sagt? Warte, was? Achso, lol Lass mit jemandem Der hat mich gerade angequatscht Ne, ich kann nicht zuhören Der Wurm redet mit dir, oder was? Ne, jetzt Bischof Alexander Er sagt Ne, ich kann nichts Ja, lest vor, wir können nichts zuhören Wollte ich gerade Los Lest vor Jetzt Versteht ihr jetzt? Eure üble Quellenmagie wird unser Untergang sein Wir haben ja keine Quellenmagie benutzt Ist das nicht so? Hat Alexander, der berühmte Gott erwecke, etwa Angst? Nur ein Narr hat keine Angst vor der Leere Und jetzt kämpft seit er Ende Ich glaube, ich hatte gehofft, dass er jetzt unser Buddy ist, aber Oh Leute, warte mal Der Typ hat es dann eigentlich Ja, ich glaube tatsächlich, dass der jetzt unser Buddy ist Aber dann würde alles grüner Warte mal, warte mal, warte mal Der hat das Phantom gerade da angegriffen, ne? Ja, deswegen Sie haben natürlich auch Schiss Aber trotzdem sind sie noch als rote Feinde markiert Ich könnte mir vorstellen, der leeren erwachte Boarwurm Nein, nein, ich meine, der Metamorphot hat Metamorpho Ja, Metamorph Hat gerade das Phantom einfach angegriffen Ja Kann sein, trotzdem sind es noch keine Verbündete Verbündete sind grün auf der Map Greif den Wurm an Warum wurde mein Zug überhaupt übersprungen? Was soll der Scheiß? Geht dem Leben nicht den Wurm an Was schafft? Ich kann mir fast vorstellen, der Wurm macht hier alle gegen alle Ja, das ist Finde ich gut, finde ich gut Ja Ich glaube aber trotzdem, dass wir glaube ich echt im Funkfokus das waren Achso Ich wollte nur sicher gehen, Kollege Da war so Magister Witter neben mir, der mich Hätte wegnatzen können Der Vater, der hat 700 Leben Das Schlimme ist, der hat eigentlich quasi 1000 Leben Weil er so viel zu 1000 EP, nice Geht uns auch nicht weiter So Blended Panic Verzaubert, gereist, schlafen, bütend Wahnsinn Der macht aber schon kein Schaden Vor allen Dingen ist der einfach noch vor mir dran In der Ding Der macht 9,77 bis 87 Schaden Dann gerade nichts Das Phantom aber auch Ja, das Phantom ist ja tot Ja, hat das Phantom auch gemacht Zack, zack, wer ist denn noch? Sie soll doch noch irgendwo einer rumstehen Da ist der Dings Oben und dann ist noch ein Bogenschützel daneben Ja, komm hier Und der Schad Nein, gerade Nein Soll nicht ganz sicher, ob es echt zu klug ist So sieht das aus Ich bin gleich weg vom Fenster, ne? Ja, ist in Ordnung Was, dass ich gerade ausgenopft war Hab ich jetzt volle Arten Versteinert, erkrankt Ich bin, ich bin alles Ist das euer scheiß Ernst? Ich hab keine Vision Ich kann nur hier auf 2 Meter Entfernung was setzen Warum hab ich keine Vision? Weil da ein bisschen Rauch um dich rum ist Ja Oh, seid ihr euer Kackernst? Du hast doch jetzt volle Dingen Lauf doch schon ein Strittchen Oder zwei Oha, noch 87 Lebensmittel Mal gucken, ob ich das verlegt Ah, ich hab leider noch keine Inkarnation wieder ready Sonst hätte ich da was sinnvolleres noch können Komm ich da überhaupt hoch? Irgendwo eine Leiter? Da ist ein Leiter, okay Hier Ja, ich hab's gesehen Will ich da hoch? Nein Gebt ihr den Tipp, lass es Ich bin echt gerade echt unsicher Ob wir die Magister dann trotzdem felsen sollten Naja, der Bogen schütze hat jetzt hier das alles gerade ausgelöst Die Wurmen oder die Kleinen? Komm, wir sollten erst die Magister töten Der Bogen wird länger dauern Aber ich weiß nicht, ob der Magister uns nicht bei dir Oh fuck, sorry Ich dachte, das war nicht in einer Range So aus Wofür Schaden hab ich glaube ich gar nicht genommen? 35 Machen wir da Gäste an Sie hat voll übersprungen Der hat gesagt, die hat seit ihr dran Sie hat den Bogen geschützt, denn Sie hat übersprungen ihren Zug Ja? Vieles unsichtbar Oh, schwere Frage, schwere Frage, schwere Frage Ach, lol Den Attentäter hab ich vergessen Komm ich da jetzt noch hin genug? Äh Warum bin ich umgedreht? Ja, das freu ich mich auch Ja genau, Kollege, geh runter da Nein, nein, nein Oh Gott sei Dank, leider in der trifft War der gerade versteinert bei? Nein, nein Ja, ich Ich kann zwei Runden lang nichts machen Bis versteinert weg ist Ähm, Leute, die greifen gerade in alle den Wurm an Ja Oh, angenehm Äh, ich glaub der kräftig an Noch nicht Aber er ist auch versteinert Ich auch, ich kann nicht heim Viele Für Rollen haben wir noch Ich hab zwei Ich hab auch noch zwei Ich hab drei Ja, das bringt nichts, wenn du gleich tot bist Ich hab noch eine Ich glaub, es ist echt klüger, den jetzt zu fokussen Heilt euch doch erstmal Solange wir nicht gegen den Wurm kämpfen müssen Sondern die das für uns machen Aber ich kann mich, glaub ich, gar nicht so krass heilen, muss ich sagen Warum, was soll denn der scheiß hier sein? Wo bist du, wo stehst du jetzt? Irgendwo unten da vor dem Vorsprung Irgendwo, irgendwo Äh Leider bei mir ist, ist Spiel Bin ich aus dem Spiel raus getappt irgendwie Das ist schlecht für deine Aufnahme auf jeden Fall Das ist richtig schlecht für meine Aufnahme, Sekunde schnell Ja, dann schick ich dir den Rest der Folge, weil das Spiel beenden kommen wir jetzt schlecht Ich will das testen Soll ich das Standbild haben, wenn du jetzt wieder reintappst Kaumann ist davon betroffen Da war ich mir ein Zug lieber Ja, leider Ne, es funktioniert, passt Echt? Okay, cool Ja, ich hab jetzt eine Bildschirmaufnahme Okay Weiß nicht, warum ich hier rausgegangen bin aus dem Spiel Das hatte nicht so ein bisschen Alter, der Fokus ist halt real Aber wir haben jetzt mal grad seine Rüstung weg Ja, aber jetzt ist das sehr leichter, ne? Oh Gott Oh ja, alles klar Niedergeschlagen Und 84 Schaden Ja, ich bin auch gleich tot Das Ding ist, ich werde jetzt sterben Ich bin rüttt Bye-bye Ich heil mich Er hat mich wirklich geportet Ja Aber er ist verwesend Er hat mich getötet Er hat mich getötet Er ist verwesend, nochmal Und ich bin niedergeschlagen Oh Leute Aber ich kann ja schlecht Weiß die Range Ich fall genug Ungemäßes Ziel Ich weiß gar nicht, wo Krishi liegt Muss ich das dazu Kämp dich in der Ecke Nee, ich bin nicht niedergeschlagen Warum bin ich Ach nee Ja, ne, vermeint Ja, tatsächlich glaub ich Ich bin tot Ich sag nichts mehr Ganz ehrlich Das wird richtig dumm sein Ich gehe erstmal hier rüber Mal guck, was passiert Bruder Das war jetzt nicht so geil Guck, ob das so klug war Nice, der Wurm ist ausgeruht Ja, er kriegt ja jetzt Schaden natürlich Lass sie den Wurm töten Und versuch du irgendjemanden Von uns wiederzubeleben Ja, deswegen bin ich ja Darüber gelaufen Nicht, dass das Damage macht Ey, gehört schon 1.000 EP Wow, 11, 11, ja Sehr gut, Alexander Ich denke, wir sind ja auch voll im Feuer, ne Wenn er uns wieder überlegt Instant verrecken wieder Nee, das wird mir eigentlich nicht Trotzdem kann ich das jetzt nächste Runde machen Wenn ich diese Runde Eigentlich nichts Wo liegt Ach, Sascha ist auch tot Ja Ach, da unten liegt er Ja Ja, der stirbt jetzt gleich und dann bist du tot Ja, der stirbt jetzt gleich und dann bist du tot Okay, 5.000, danke 6.000 EP, ey Let's heal, was das Zeug hält Weiß nur unseren Tank, glaube ich Ich glaube, das ist deine Entscheidung Ja, das ist deine Entscheidung Oh, lol Okay, und das war's Nein Ja, ich glaube, das ist deine Entscheidung Ja, mach's nicht plan, Paren Komm, Paren, zeig mir, was du kannst Ja Ernsthaft, der mutig ist hier aber Ernsthaft, der mutig ist hier Danke Fähne nicht nötig gewesen Okay, was hat der blinde Strahltes gebracht? Man kann ihn nicht so gut sehen. Wie ist das, wenn man jetzt mit der erhöhten Initiative von mir belebt wird? Probier mal, Livestroy wieder, wenn du kannst. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, ganz ehrlich. Ja komm. Doch, vielleicht. Du stehst auch weiter weg. Oh, da muss ich... Ich bin klar dran. Habe ich einen kleineren Halt dran? Na ja, nur einen schlechten. Aber er hat gleich zwei Züge. Gönn dir was. Gönn dir was. Ja. Oh nein. Nice. Ich habe einen 30er und einen 330. Muss ich leider einen 330er nehmen. Kannst du aufhören, die Dinger zu werfen? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. Er hielt mich. Du wirst mich nicht töten. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja Leute, ich glaube das sieht nicht gut aus. Bekämpfen gestorben. Ich bin zufrieden. Du lebst immer noch. Ja. Das war's. Nooo. Ich bin vorbei. Ja Leute. Habe ich mal gesagt. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn wir die platt machen, die Jungs. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Tschau.